Hallo, es wird dringend mehr Zeit für Videos und damit ich mich irgendwie an die eigene Nase fasse, hilft nur Machen. Dieses Mal geht es um das eigenartige Thema Strategie und die berechtigte Frage, was zum Teufel ist eigentlich überhaupt Strategie? Ihr könnt googlen. Viel Spaß dabei, ganz schnell landet ihr entweder bei Strategien zur Königsführung oder bei der Definition nach Porta oder bei einer sehr interessanten Aussage, dass Strategie nicht immer unbedingt realisiert wird und umgesetzt wird. Kurzum, der Lieblingsbegriff des Managements der letzten 40 Jahre, vielleicht sogar 50 Jahre, hat keine unbedingt einheitliche Verwendung, außer dass es mega geil klingt. Daher die gute Frage, wenn ich die ganze Zeit von Strategieentwicklung rede, mal die Fahne Hochhalte für Strategie ist wichtig. Was zum Teufel meine ich damit eigentlich? Und was meine ich nur ich damit, sondern auch noch ein paar andere Menschen? Fangen wir mal so an. Strategie ist nicht nur ein einfacher Plan. Es ist nicht eine To-Do-Liste, sondern es ist erheblich mehr. Grundsätzlich könnt ihr euch Strategie vorstellen als einen Raum, in dem viele Dinge sich bewegen. Für die Mathematiker unter euch, vielleicht sind es ein paar wenige, eine echte schöne Raumdefinition. So eine richtige, wir spannen die auf. Grundsätzlich ist es so, dass in dem Strategie-Raum nun also Dinge rumschwirren wie Taktiken, also Handlungen, die zielgerichtet sind. Ein Plan, in welcher Reihenfolge wir diese Taktiken im besten Falle hintereinander ausführen oder auch parallel ausführen. Welche Ressourcen zur Verfügung stehen, bei uns selbst, bei anderen finanzieller, zeitlicher Natur. Wer alles Teil der Strategie ist, also wer alles direkt mitarbeitet an der Strategie, aber auch auf wen die Strategie wirken soll. Und da sind wir aber einen ganz wichtigen Punkt, wenn es um Strategie geht, geht es immer noch stärker um die anderen als um uns selbst. Also auf den Fokus dort hinzusetzen, wo die Strategie nämlich wirken soll. Und wenn wir uns schon mit diesem Begriff Fokus beschäftigen, dann ist natürlich Strategie auch immer etwas zielgerichtetes. Nicht umsonst kommt der Begriff ursprünglich aus der Kriegsführung. Da hatte man ja auch ein klares Ziel. In dem Fall übrigens den Krieg gewinnen oder den Krieg gleich ganz vermeiden. Also nicht ein einzelnes Gefecht, eine einzelne Taktik ist eine Strategie, sondern wirklich alles, was da zusammenhängt, damit wir den Krieg, auch wenn mir das definitiv zu kämpferisch ist, der nun gewinnen. Heißt, wir brauchen ein Ziel, wir brauchen einen Plan, wir brauchen Taktiken, wir müssen wissen, ob wir die Taktiken überhaupt selbst umsetzen können. Mal so ein kleines Beispiel im Sinne von, ihr wollt ganz viele neue Kunden gewinnen, aber dafür wäre zum Beispiel bei eurem speziellen Feld ein Marketing Budget von, weiß ich nicht, ein paar 10.000 Euro notwendig, dann ist das vielleicht nicht unbedingt weder eine sinnvolle Taktik noch eine sinnvolle Strategie. Warum sollte man Strategien entwickeln? Weil Strategien euch genau das ermöglichen, nämlich in großen Dimensionen zu denken, aber in kleinen Schritten auch wirklich voranzukommen und zu handeln. Denn weder das eine noch das andere ist richtig oder praktikabel. Großdenken hat ganz schnell was mit viel Labern zu tun und nichts tun und nur tun kann ganz schnell im Busy-Busy-Modus und völlig planlos und wahllos werden. Und daher versteht man unter Strategie eben genau dieses große, ganze Konzept mehr als nur ein paar einzelne Puzzle-Steile und mehr eben nur als eine Struktur zu etablieren, sondern ganz bewusst dort eben in größeren Dimensionen zu denken. Und daher ist dieser ganze Strategiebegriff immer ein bisschen komplexer. Grundsätzlich, wenn ihr die Idee verfolgen wollt, Strategie spannt sich auf als Raum, dann überlegt, guckt euch in eine Raumecke und dann seht ihr eine dreidimensionale Achse. Also eine Kante, die hoch geht, eine nach links, eine nach rechts. Das spannt dann schon mal sauber einen, können wir mal sagen, einen Raum auf, in dem ihr vielleicht auch gerade sitzt. Und jede dieser drei Achsen ist relevant. Und wenn es um Strategien geht, die Business getrieben sind, dann denken wir mit zwei Achsen immer ganz entscheidend, nämlich auf welcher Zeiteinheit soll eine Strategie wirken, sowohl von der Umsetzung als auch langfristig, als auch auf welches finanzielles Level soll die Strategie denn hinspielen. Und die dritte Achse bestimmt dann final mit welchem Schwerpunkt wir setzen. So, mit diesen drei Achsen könnt ihr eine Strategie aufspannen. Und wie ihr schon merkt, das Ganze mit diesem Strategie-Ding ist nicht ganz so trivial. Das hat was damit zu tun, jeder der darstellt, Strategien entwickeln wäre trivial und mega einfach. Sorry, der hat es echt noch nicht getan. Denn Strategien sind Systeme, mehrlagige Systeme, Sachen, die ineinander greifen. Und wenn ihr Strategien entwickeln wollt, dann ist das genau wichtig. Dass ihr merkt, wie Sachen ineinander greifen, wo Querverbindungen sind, wo negative Auswirkungen sind, wo positive Auswirkungen sind. Daher ist Strategie-Entwicklung auch ein bisschen das, die Königsklasse in den Beratungen und Unternehmungen. Die großen Unternehmensberater, die da draußen, die mit dem kurzen Buchstaben waren mal Strategie-Entwickler und Strategie-Beratungen. Und deswegen, wenn ihr euch überlegt, euch mit der Strategie zu beschäftigen, sucht euch da immer jemanden, der das a, bitte nicht zum ersten Mal macht und b, wirklich verstanden hat, welcher Komplexitätsgrad dahinter ist und da Strategie-Entwicklung immer, egal bei wem ihr euch überlegt, Strategie-Entwicklung heißt, derjenige, der eure Strategie entwickelt, weiß wirklich genau, was er da tut und muss euch massiv voraus sein. Und b, eine Strategie-Entwicklung im kleinsten Fall geht in einem Tag, zwei Tage sind im Normalfall Mindestmaß, größere Sachen brauchen vier Tage und ohne nachfolgende Betreuung, wo ein iterativer Prozess, also ein immer wieder anzupassender Prozess, das hinten dran ist, sagen wir mal so zwischen 30 und 40 Tagen, das ist wirklich echt essentiell. Auch wenn ihr es ganz alleine macht und eure eigenen Strategien entwickelt, denkt bitte in diesem Mindestmaß. Und das ist nur die Strategie-Entwicklung und dann fängt erst die Umsetzung an. Also, nochmal kurz zusammengefasst, Strategie ist ein sehr großes Konstrukt, es ist ein Raum, businessmäßig spannt er sich aus drei Achsen auf, zwei davon sollte immer Zeit, Geld sein und dann die dritte, worauf man den Fokus setzt. Außerdem Strategie-Entwicklung, wenn Sie Profis machen, zwischen ein und vier Tagen ist völlig normal und danach muss immer ein Baustein kommen, dass die Sachen rund geschliffen werden. Wenn ihr sie selber macht, könnt ihr diese Zeiten sehr massiv nach oben multiplizieren, aber plant auch so ein und dann kommt die Umsetzung meistens mit einer Testphase, wo kleine Testbalance gestartet werden, um zu gucken, wie die Maßnahmen greifen und dann eine finale Umsetzungsmaßnahme. Deswegen, ich kann euch nur antriggern, die Strategie für 2017, die solltet ihr langsam euch jetzt schon Gedanken drüber machen. Kein Witz, der beste Zeitpunkt für die Strategie-Entwicklung für 2017 ist der Sommer 2016. Klar, logisch, muss die Tante sagen, muss ich nicht, aber ich kann es euch nur raten. So, das war es ein bisschen zu Strategie-Entwicklung. Bis dann, ciao, ciao!